Guten Morgen, das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Montag, den 4. April, präsentiert von die Bepro, die Lösung für Bestand und Provision. Unwissen bei Anschlussfinanzierung Ein Drittel der Kreditnehmer kennt 5 Jahre vor Ablauf der Zinsbindung den eigenen Zeitpunkt für die Anschlussfinanzierung nicht. 34% kennen den ungefähr und nur 31% wissen genau, wann die Zinsbindung für das meistgrößte Darlehen im Leben endet. Fast die Hälfte weiß nicht, dass sie nach Ablauf von 10 Jahren mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten ohne Vorfälligkeitsentscheidung zu einem anderen Kreditgeber wechseln können. Das geht aus einer Interhalb-Befragung hervor. Kids Police ist Käse Zum mittlerweile 8. Mal prämiert der Bund der Versicherten-EV, BDV, mit dem Versicherungskäse des Jahres das schlechteste Versicherungsprodukt. Die Kids Police Balance, der Ergo-Vorsorge-Leben, machte in diesem Jahr das Rennen. Das Produkt ist eine vongebundene Rentenversicherung. Die Jury bemängelte die niedrigen Garantiewerte. Ergo wies die Kritik als unberechtigt zurück. Hannoverische schraubt an Risikoabsicherung Die Hannoverische hat ihre Risikoleben- und Berufsunfähigkeitsprodukte überarbeitet. So soll es unter anderem im RLV-Basistarif eine vorgezogene Todesfallleistung geben. Bei der BU seien knapp 1000 Berufe neu eingestuft worden. Bei Europa gibt es vorgezogene Todesfallleistungen. Die Europa-Lebensversicherung ergänzt den Basistarif in der Risikolebensversicherung um vorgezogene Todesfallleistungen. Voraussetzung hierfür ist eine schwere Krankheit, die nach ärztlicher Ansicht innerhalb von 12 Monaten zum Tode führt. Überdies soll es eine weitere Option für die Diagnose Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt geben. Vermittlerverband bekommt neue Vorstände. Katrin Bornberg ist auf der VOTO-Mitgliederversammlung erstmalig in dem Vorstand gewählt worden. Die geschäftsführende Gesellschafterin der Franco- und Bornberg GmbH nimmt den Platz des langjährigen Vorstandsmitglieds Franz-Josef Rosmeyer ein, welcher nach über 10 Jahren aktiver Verbandsarbeit in den Ruhestand wechselt. Barmenia wechselt bei PKV-Leistungsabrechnung. Die Barmenia Krankenversicherung wird künftig IntraHealth Claims für die Leistungsbearbeitung in der privaten Krankenversicherung einsetzen. Dabei handelt es sich um eine Leistungsmanagement-Software von Adesso Insurance Solution. Bisher hatte der Versicherer eine eigene Entwicklung genutzt. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Montag, den 4. April, präsentiert von IBPro, die Lösung für Bestand und Provision.